Apropos Holesomenes, ich habe es ja einfach, ich habe es ja, ich habe ja bereits gesagt, dass es nur eine Kategorie Mensch gibt, die noch ärmer ist als Bullen. Wenn du halt so blöd bist, Bulle zu werden, dann landest du halt am Ende des Tages beim Ordnungsamt. Tomatolix ist jemand, der jetzt eine Nacht beim Ordnungsamt verbracht hat und das will ich mir natürlich angucken. Tomatolix beim Ordnungsamt. Getreu nach dem Motto, ich habe noch nie nach Politesse guten Tag gesagt. Gehen wir da jetzt rein. Als nächstes werden wir einmal eine Prostitution-Schutzkontrolle machen. Da die Familie halt bekannt ist, könnte es natürlich halt auch irgendwie zur Ausschreitung kommen. Wir müssen uns die Sache vor Ort einmal anschauen. Schwere, ich habe gerade echt drei Sekunden gedacht, dass das Freiraum-Re ist. Ich habe echt kurz überlegt, ob das Freiraum-Re ist. Dürfen wir einmal reinkommen? Viele von uns haben wahrscheinlich schon mal Erfahrungen mit dem Ordnungsamt gemacht. Sei es, weil man falsch geparkt hat, eine Party zu laut war oder man einen Kaugummi oder eine Zigarette falsch entsorgt hat. Und obwohl man in diesen Fällen vermutlich um Unrecht war, ist das Ordnungsamt nicht gerade beliebt. Beleidigungen und sogar körperliche Angriffe gehören für viele Ordnungsamt-Mitarbeiter zum Arbeitsalltag dazu. Ich frage mich, was es genau bedeutet, für das Ordnungsamt zu arbeiten und warum man sich eigentlich für diesen Job entscheidet. Deswegen bin ich heute eine Nacht mit dem Ordnungsamt der Stadt München-Gladbach unterwegs. Das sind doch Bullen, die halt nur statt 9mm haben die Trillerpfeifen. Was ist denn, ich weiß gar nicht, was das Ordnungsamt macht. Ihr habt überhaupt keine Ahnung. Egal, ob ihr zu Unrecht einen Bußgeldbescheid ausgestellt bekommen habt oder euer Fahrrad gestohlen wurde, das kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn man gut versichert ist. Wer bei Versicherungen schnell mal den Überblick verliert oder einfach keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen, für den könnte Clark interessant sein. Clark ist die Versicherungs-App, die für euch den Überblick behält und die regelmäßig checkt, ob ihr die besten Versicherungen abgeschlossen habt. Sollte Clark eine bessere Versicherung für euch finden, dann schlägt euch die App kostenlos Angebote vor, die ihr einfach annehmen oder ablehnen könnt. Ich möchte ganz kurz, wenn wir schon über Versicherungen sprechen, möchte ich natürlich auch diesen Moment nutzen, um diese wirklich, also macht geht nicht zu Clark. Macht das bitte nicht. Geht nicht zu Clark. Ihr gebt denen eine verfickte Vollmacht quasi. Aber, was ihr tun solltet, eure Liebsten zu versichern. Und mit euren Liebsten meine ich eure Haustiere. Egal ob Katze oder Hund, irgendwann kommt, wenn wer auch immer es nicht so gut mit euch meint, der Tag, wo ihr vielleicht mal eine Operation benötigt. Und die sind arschteuer, die werden immer teurer. Tierarztkosten schießen in die komplette, schießen zur Decke. Und deswegen ist es sensationell und versichert eure Tiere. Ihr müsst eure Tiere versichern. Je früher und je gesünder eure Tiere jetzt sind, desto besser. Versichert eure Tiere. Bestehende Versicherungen in günstiger oder zum gleichen Preis in... Selbst wenn ihr arm seid. Arme Menschen haben auch Haustiere. Arme Menschen sollten auch Haustiere haben. Und auch wenn ihr arm seid und nicht viel Geld zur Verfügung habt, gibt es OP-Schutzversicherungen. Die geben euch nicht so dieses komplette Spektrum an Tierarztkostenabsicherung. Aber die sichern euch zumindest für den schlimmsten, für den Worst Case ab. Ja, die kosten so zwischen 9 und 19 Euro im Monat. Je nachdem, was ihr für ein Tier habt und je nachdem, wie groß das ist. Und ihr habt meistens OP-Kosten bis zu 3.000 bis 5.000 Euro, die übernommen werden. Und das kann euch schon mal insane viel Gewicht vor den Schultern nehmen. Dann optimiert Clark seit neuestem euren Schutz auch automatisch mit der Tarif-Switch-Funktion. So seid ihr dann wirklich immer bestens versichert, ohne auch nur irgendwas dafür tun zu müssen. Den Wechsel-Service kann aber natürlich auch wieder... Barmenia ist die Versicherungsagentur, für die ich auch schon mal Werbung gemacht habe. Ich hatte ja vor drei Jahren oder so, hatte ich ein Barmenia-Placement. Da habe ich die OP-Schutzversicherung für Haustiere beworben, im Speziellen. Und normalerweise mache ich das ja nicht, so Versicherungs-Placements. Aber die habe ich mir komplett durchgelesen, habe ich mir komplett rangeguckt. Und das war wirklich auch vor drei Jahren, also ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber vor drei Jahren war das absolut schockgüsell. Und ganz viele, die damals diesen OP-Schutz abgesichert haben, sind mittlerweile froh, dass sie das gemacht haben. ...widersprochen werden, solltet ihr die Funktion nicht nutzen wollen. Über diesen QR-Code oder den Link in der Videobeschreibung kommt ihr direkt zu Clark und mit dem Code TOMATOLIX45 erhaltet ihr als Neukunden einen Best-Choice-Gutschein im Wert von... Wie läuft das eigentlich in den USA ab? Töten die ihre Hunde, wenn die merken, dass eine Operation vonnöten wäre? Warum guckst du da in die USA? Das macht man in Deutschland genauso. Du willst gar nicht wissen, wie viele Tiere eingeschläfert werden, weil die Einschläferung günstiger ist als die Operation und sie die Operation nicht bezahlen können. Da musst du nie nach Amerika gucken. Bis zu 45 Euro, den ihr bei unterschiedlichen Online-Shops wie Amazon, Ikea oder H&M einlösen könnt. Das Einzige, das ihr dafür tun müsst, ist drei bestehende Versicherungen hochzuladen. Wichtig, falls ihr euch für Clark entscheidet, wird Clark zu eurem neuen Versicherungsmakler und löst euren alten ab. Falls ihr schon einen habt, sprecht vorher mal mit dir. So, hallo, ich bin der Felix. Hallo, freut mich. Hallo, Isabel, hi. Hi, Jan. Ihr beide seid ja beim Ordnungsamt. Wie man hier sieht, was macht das Ordnungsamt genau? Ja, wir vom Ordnungsamt sind natürlich dazu da, um Tierschutzkontrollen durchzuführen, Nichtraucherschutzkontrollen durchzuführen, Jugendschutzkontrollen durchzuführen. Wir machen Nachlasssicherungen. Das sind so die Hauptaufgaben, die wir hier beim KOS eigentlich machen. Ah, okay. Also schon mehr als einfach nur Falschparker aufschreiben. Ich habe ja auch persönlich einfach ein sehr schlechtes Verhältnis mit dem Ordnungsamt, weil ich jedes Mal, wenn ich damals mit Lea unterwegs gewesen bin, in Berlin gibt es dieses absurde Gesetz, dass Hunde in öffentlichen Verkehrsmitteln Maulkorb tragen müssen. Und ey, ich glaube, ich habe zweimal oder so Strafe bezahlt, weil die keinen Maulkorb getragen hat. Es ist absolut bescheuert. Absolut bescheuert. Und wenn jemand ein bisschen zu laut gefeiert hat? Die kontrollieren sogar Kackbeutel, ne? In Berlin im Ordnungsamt. Die kontrollieren, ob du Kackbeutel dabei hast. Ich habe ja, Lea hat ja die Prüfung abgelegt, dass sie auch ohne Leine unterwegs sein darf. Und Berliner Ordnungsamt, also die in Biesdorf, Marzahn, Hellersdorf, die waren ja immer darauf bedacht, schön Strafe auszugeben, wenn du deinen Hund nicht an der Leine hattest. Und Lea durfte ja ohne Leine. Das war ja kein Problem. Und dann haben die kontrolliert, ob ich genug Kackbeutel dabei habe. Das kontrollieren die. Was musst du für ein Mensch sein? Stell dir vor, da sind die morgens um 10 Uhr, sprechen die dich an, wollen die eine Strafe auszahlen, weil du keine Leine hast. Dann zeigst du denen, dass sie das darf. Und dann sagen sie, haben sie denn auch genug Kackbeutel dabei? Haben sie denn Kackbeutel dabei? Oder können wir ihnen da vielleicht eine Strafe auszahlen? Ich schwöre bei mir, was für ein Mensch. Genau, die Falschparker, das ist eigentlich so das klassische Bild, was man hat. Das machen aber eine andere Abteilung bei uns. Das sind die Verkehrskontrolleure. Kackbeutel übrigens eine Geschichte, ne? Wenn ihr irgendwo unterwegs seid in Ballungsgebieten, wo viele Menschen seid und eure Hunde jetzt nicht irgendwo ins Feld machen oder so, wo ihr natürlich nicht hinterherstrüppeln müsst, um das dann wegzumachen. Aber wenn ihr in so Parkanlagen seid oder so, entfernt natürlich die Kackhaufen. Und an die Städte und Gemeinden, wie wär's denn, wenn man's so macht, dass man überall diese Kackhaufenständer hinstellt? Da gibt's die wunderbare Möglichkeit für ein Appel und ein Ei, einfach an die Eingänge solche Spender hinzustellen, wo Beutel drin sind. Was wir letztendlich machen, sind dann bei Lärmbeschwerden zum Beispiel rausrücken und dann zur Ordnung rufen. Wir rufen zur Ordnung. Was ja nicht der Fall ist, werden wir letztendlich dann auch Partys oder sowas auch auflösen. Also ihr habt auch Handschuhe. Natürlich ist der Mann unter 1,70, ne? Das ist ja nur, ey, das ist ja wirklich so. Das ist genau das Klientel, das irgendwie beim Ordnungsamt fucking landet, ne? Die können halt fucking nichts, die haben's nicht zur Bullerei geschafft, aber die müssen irgendwie ihr Machtgefühl kompensieren. Und deswegen landen sie beim Ordnungsamt, weil die auch geile Uniformen tragen. Die sehen ja mittlerweile auch aus wie Robocops. Schellen, dürft ihr auch Leute festnehmen oder wie ist das? So ist es genau, wir haben halt... Ich darf auch Leute festnehmen, nennt sich Zivilfestnahme. Die Möglichkeiten, auf bestimmte Polizeigesetze zuzugreifen, zum Beispiel halt eben die Personal eine Feststellung, dass wir jemanden in Gewahrsam nehmen können, falls er uns halt zu nah kommt oder wir uns bedroht fühlen. Deswegen übrigens auch noch die Weste dabei. Die ist halt auch stichsicher, falls irgendwas sein sollte, sind wir halt auch damit aus... Für Albaner ist das wichtig. Ich bin ja in Berlin, also wenn ich in Berlin noch leben würde, hätte ich wegen den Albanern auch grundsätzlich immer eine stichfeste Weste an, ne? Stichfeste Westen sind halt in Berlin einfach, da sollte man einfach bekommen, ne? Gerüstet. Es ist schon manchmal ein bisschen Härte unterwegs draußen. Braucht man das denn? Also sind die Menschen euch gegenüber schon so aggressiv, dass man solche Schützenmaßnahmen braucht? Definitiv. Also ich bin leider auch noch nicht so lange dabei, aber selbst in der Zeit, wo ich jetzt dabei bin, habe ich auch schon die eine oder andere Maßnahme erlebt, wo ich dachte, oh, das war schon knapp. Und da sind wir schon froh, dass wir die Sachen haben. Darfst du dann einmal anziehen? Dann los. Let's go. Und was ist jetzt die erste Maßnahme? Also wohin fahren wir? Wir fahren jetzt in Akutbeschwerde an. Dort geht es sich letztendlich darum, dass vor Ort ein illegaler Welpenhandel sein soll. Und wir gucken uns das jetzt mal an, wie da die Gegebenheiten vor Ort sind. Also beim illegalen Welpenhandel, finde ich, sollte man andere Leute als das Ordnungsamt hinschicken. Mich zum Beispiel. Ich denke, wir sollten so eine, wenn wir irgendwann mal im Sozialismus leben und das Ordnungsamt abgeschafft ist, dann sollte für den illegalen Welpenhandel, sollten die einfach Rito und mich losschicken, sage ich euch ganz ehrlich. Ich ficke auch gerne. Einfach Rito und mich in einem schönen Opel Corsa und dann raus. So, jetzt wird's spannend. Also jetzt seid ihr schon mit mehreren Welten. Genau, weil es halt relativ gefährlich ist. Hier müssen wir halt, wissen wir halt im Voraus, wenn solche Adressen bei uns eintreffen, also Akutbeschwerde, dass wir nicht alleine hier fahren. Man sieht es zum Teil schon, die stehen alle auf dem Balkon, haben das Ordnungsamt gesehen, dann kann es halt ein bisschen brenzlig werden. Deswegen fahren wir bei solchen Angelegenheiten mit mehreren Teams raus. Also was sie eigentlich sagen wollte, die haben gesehen, dass da ein Auto vorfällt, das genauso aussieht wie ein Polizeiauto. So, jetzt denken die, dass die Polizei da ist und stehen da draußen auf dem Balkon und wenn die merken, dass das Ordnungsamt ist, dann gehen sie wieder zurück und rauchen weiter, Mario Hanno. In einem alten Stasi-Trabant, das wäre auch geil, Alter. Das wäre auch geil. Oder mit einer Semmel, ey. Chill mit einer Semmel. Wartet ihr jetzt, wie das abläuft? Also wenn alles gut geht, bleibt's ruhig. Aber da die Familie halt bekannt ist, könnte es natürlich halt auch irgendwie zur Ausschreitung kommen, was wir erstmal nicht hoffen. Dann gehen wir mal gucken. Let's go. Also ist hier auf jeden Fall so ein großes Hochhaus. Sieht schon ein bisschen in die Jahre gekommen aus. Das ist natürlich immer das Lästige, zu suchen, wo denn die Wohnung ist. Lukas, gehst du mal runterklingeln? Genau. Wir warten jetzt einmal, der Kollege geht einmal klingeln unten. Wer ist er? Ist der auch vom Ordnungsamt? Oder ist das einfach ein Klopper? Ist das so ein Schläger, der mitgenommen wird? Haben die Männer vom Ordnungsamt immer, also es gibt's immer einen vom Ordnungsamt unter 1,70 und dann noch einen, der kloppen kann? Nee, weil die auch alle nicht beschriftet sind. Dementsprechend ist es da natürlich dann auch schwierig rauszufinden, wer denn jetzt wo wohnt. Habt ihr denn schon mal so... Ja, wir vom Ordnungsamt, wir fahren immer los, wir haben eine Trillerpfeife und dann nehmen wir uns meistens immer noch einen Ausländer mit, ne? Brenzl hier... Der ist privat hier. Der guckt... Der kriegt... Der kriegt 8 Euro die Stunde schwarz und der ist halt dabei, wenn wir in solche Wohnblöcke reingehen. Der dient auch als Übersetzer. Braucht man ja hier. Im Rahmen des Tierschutzs, ne, sind Kollegen schon mal mit einer Schusswaffe bedroht worden. Wo wir dann reinkommen, ne, und letztendlich steht jemand mit einer gezogenen Pistole vor einem, ne, ist auch schon vorgekommen, beziehungsweise auch von Hunden angegriffen worden. Ja, wo wir uns dann mit Pfefferspray verteidigt haben, aber das kommt sich natürlich auch schon mal vor. Bruder, du kannst dir am Arsch die Waldfee, du wurdest dir mit einer fucking Pistole angegriffen und hast dich dann mit Pfefferspray verteidigt, ey. Das kannst du deiner verfickten Oma erzählen, ey. Das ist doch so eine Geschichte fürs Fernsehen. Ja, da standen unten standen da 16 bewaffnete Leute, die hatten vollautomatische Waffen und ich hab mich dann mit meinem Pfefferspray und meiner Trillerpfeife da durchgekämpft. Ja, Bastard, Alter, du bist halt ein Lügner. Ja, hier ist der Jochen, ähm, Jochen, ähm, von der, ich bin mit dem Lügner am Projekt vorgefahren und der schönen Leute, der eine ist auch über 1,80. Da müssen wir mal Polizei rufen, sonst alleine machen wir das nicht. Das ist doch die fucking Realität. Da kannst du ja nicht fucking, also ob die sich mit Trillerpfeife und Pfefferspray durch 15 bewaffnete Leute gekämpft hätten. Ich schwöre, der geht zum Friseur und sagt, ja, also, ähm, soll gefährlich aussehen. Ja, ha, 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 jaaa. Können wir so eine Rocky-Schnitt machen aus dem dritten Teil, als er gegen den Russen kämpft? Hätte ich ganz gerne. So ein Rocky-Schnitt. Ist schon spannend. Hören Sie mir mal einen Militär-Schnitt, bitte. Ach, Sie sind beim Militär? Nee, beim Ordnungsamt. Aber wir tragen auch Helme, wie das eine Mal, als ich mich gegen 16 Bewaffnete gekämpft habe. Mit meinem Pfefferspray. Ich schwöre, die Geschichte erzählt der auch einfach überall, wo er ist. Auch wenn der beim Edeka an der Kasse steht. Dann sagt er, hier, 16 Dosen Thunfisch brauche ich für die Proteine. Heute wieder gekämpft. Mit dem Ordnungsamt, ja. Ordnungsamt, hallo. Ich weiß nicht, ob wir bei Ihnen richtig sind. Hinten können Sie ruhig langlassen, aber die Saiten schleiden Sie auf Gefahr bitte. Ich schwöre, das ist einer, wenn du das in Frage stellst, dann zieht er sich aus und zeigt dir Narben. So einer ist das. Nee, das stimmt hier an der Schulter zum Beispiel. Zeigte das nur nach vorne. Zum *** wollten wir. Da kommt der gerade. Kommt der gerade. Hallo, der ***. Zu Ihnen wollten wir. Wir haben eine Meinung bekommen, dass Sie Hunde züchten. Ist das richtig? Ich züchte keine Hunde. Wir müssen uns die Sache vor Ort ein... Wir haben gehört, dass Sie Hunde züchten. Stimmt das? Nee, das stimmt nicht. Ja gut, dann gehen wir wieder. Dann machen wir uns mal wieder... Dann machen wir uns mal wieder los, ne? Ja, ähm, nee. Da sind keine Hunde. Da sind... Da ist... Ein großer Hund haben wir getroffen, aber... Einmal anschauen? Ja. Nein. Okay, dann ja. Jetzt endlich schauen, wie viele Hunde sind in der Wohnung, beziehungsweise die steuerlich gemeldet. Ja, ich hab drei Wälder, ne? Okay, das müssen wir uns einmal anschauen, ja? Dürfen wir einmal reinkommen? Ja. Okay. Sind Sie alleine dann hier? Ja. Ja, von wem sind die Hunde? Vom Kollegen von... Oh, das sind Mallis, ey. Oh. Oh. Aber Sie haben jetzt keine Papiere, keine Dokumente zu den Hunden. Wann... Wie alt sind die? Welche Artikel? Sind jetzt sieben Wochen. Sieben Wochen. Also dementsprechend auch noch nicht beim Tierarzt gewesen. Ist natürlich... Mit sieben Wochen ist man schon das erste Mal. Ist immer schon zweimal. Hat man schon zwei Tierarztbesuche hinter sich mit sieben Wochen. Sehr, sehr schlecht. Wenn wir jetzt keine Unterlagen haben, müssten wir die Tiere einmal sicherstellen. Was ist denn bei den Katzen? Haben Sie Unterlagen, irgendwas zu den Katzen? Gar nichts. Wenn ich mir das hier so angucke, tierschutztechnisch, äh... Ist auch nicht die Wucht, ne, für die Tiere. Das war schon erschreckend zu sehen. Also die Wohnung ist auf jeden Fall in keinem guten Zustand. Also es ist sehr unordentlich dreckig. Und darin sind halt in so einer Holzkiste drei Welpen, Schäferhundwelpen, schätze ich mal. Und die sind anscheinend auf jeden Fall nicht angemeldet. Man hat keine Papiere und so. Also die Tiere haben mir auf jeden Fall schon leid getan. Also keine schönen Umstände. Was ist jetzt konkret das Problem? Es ist quasi nichts da, wo wir nachvollziehen können, wem gehören die Hunde? Wo kommen die Hunde her? Ist letztendlich für die... Also die sehen nicht unterernährt aus, die sehen nicht verwahrlost aus. Ich glaube da, ich glaube da gibt's sehr viele schlimmere Umstände, ne. Ist da Blut? Ne, das ist kein Blut. Bis auf das Blut links. Das ist doch kein Blut hier. Seid ihr besoffen oder was? Ich ficke auch gerne. Ein Jahr sopp, ein Jahr vegan. Das ist wahrscheinlich ein Halsband oder so. An der Holzwand. Das hier, das ist doch kein Blut. Hät eher aus wie Sprühschiss, wenn ihr mich fragt. Tollwutimpfungen halt jetzt interessant, weil Tiere, die aus dem Ausland kommen, in Deutschland Tollwut geimpft sein müssen. Da wir jetzt aber keine Daten haben, müssen wir die jetzt im Tierheim zuführen. Der Amtsarzt wird die einmal impfen, dann gehen die sechs Wochen in Quarantäne und danach kann er sich beim Innendienst melden und die entscheiden dann, wie es weiter verhandelt. Ob das Tier freigegeben wird oder ob es an ihm zurückgeht. Beide Katzen sind drin, genau. Dann, wie gesagt, ist alles bekannt, melden und dann klappt das schon. Schönen Abend noch. Oh, die sind aber auch keine sieben Wochen, die sind schon ein bisschen älter als sieben Wochen. Wie gesagt, ist alles bekannt, melden und dann klappt das schon. Neunte, achte, neunte Woche sind die. Schönen Abend noch. Tun euch dann so Leute leid, denen ihr dann vielleicht auch Tiere wegnehmt, weil so Haustiere sind ja schon irgendwie was Besonderes für die meisten Menschen. Ja, natürlich. Wenn man sich dann an die Regeln hält, beziehungsweise an die Gesetzesgrundlage, ist es natürlich dann auch so, dass man die auch schnellstmöglich wieder zurückbekommt. Ja, in dem Fall muss der Innendienst aber das Ganze entscheiden. Zeigen dir in der Doku auch, wie die Cops regelmäßig unterdrückte Menschen zusammenprügeln und blöderweise immer, du bist neu hier, oder? Da steht Ordnungsamt. So, das Ordnungsamt könnte vielleicht Bodycam-Aufnahmen zeigen, wie die verprügelt werden, aber nicht wie die verprügeln. Wir befinden uns jetzt hier am Nordpark. Hier ist das Stadion. Was ist jetzt unsere Aufgabe? Ich habe noch nie gesehen, dass jemand vom Ordnungsamt irgendjemanden verprügelt hätte. Das ist so. Ich glaube, wenn man sich als Linker ernsthaft mit dem Ordnungsamt beschäftigt, dann würden wir einfach eine Aktion aufbauen, um das Ordnungsamt zu verteidigen, weil die schon als marginalisiert durchgehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Ableigung von Linken gegen das Ordnungsamt ist mehr so ein Mythos. Das ist so eine allgemeine Ablehnung gegen die Behörde. Aber wir wissen ja gar nicht, was die machen. Die werden den ganzen Tag nur rumgeschubst. Da Borussia heute Abend spielt, halten wir jetzt die Augen auf, während wir hier Streifen fahren, ob wir fliegende Händler sehen. Also heißt Leute, die hier im Bereich ordnungswidrig die Getränke verkaufen. Bruder, ordnungswidrig Getränke verkaufen, das gibt es nicht, Alter. Das fucking gibt es nicht. Wenn du dich da hinstellst und eine Schopete für 1,50 Euro verkaufst, dann ist das Bürgerpflicht. Basisarbeit. Orte, wo man solche Händler findet, die stehen entweder in jeden. Das sind die größten Ehrenmenschen überhaupt. Wenn du irgendwie auf einem langen Weg von der Bahnstation zum Stadion bist und du denkst dir dann so nach 200 Metern, Bruder, jetzt so ein Wegpilz, ey. Boah, ich habe schon wieder, kennst du das, wenn du schon jetzt so ein Wegpilz? Und dann steht da dieser Samariter. Möchtest ein Bier kaufen? Bisschen teurer als im Laden, 1,20 die Flasche. Bruder, da gibst du dir aber 5, nimmst 2 und dann aber gib ihm. In den Gebüschen, beziehungsweise vorne auf den Plateaus, wo es halt direkt Laufrichtung Stadion geht oder hier. Ich finde es schlimm, dass die mittlerweile in so einem Cop-Cosplay rumlaufen. Ja, das liegt daran, weil die halt wirklich, wenn die halt wirklich von, wenn die optisch noch mehr von Bullen zu unterscheiden wären, die würden ja sofort angegriffen werden. Da kannst du ja, also was ist denn, das ist ja so schon schlimm genug. Hier zwischendurch. Aber ich finde allgemein Outfits von Cops in Deutschland fucking lächerlich. Wann immer die aussehen, guck mal, die sehen ja aus wie halbe Elite-Soldaten, so laufen die ja mittlerweile rum. In den hier mit der alten, mit der alten braunen Hose und dem grünen Jackett mit gelbem T-Shirt oder Hemd. Das war noch, also da sahen die ja wenigstens, ne? Das sah ja noch, das sah ja noch nach was aus, ne? Aber mittlerweile, die sehen ja fucking aus wie, die sehen ja aus wie Robocops, Alter. Mit den Einkaufswagen laufen die dann hier durch die Menschenmenge und verkaufen aus dem Einkaufswagen raus. Bei meinem ersten Borussenspiel habe ich gelernt, Fenster zulassen. Warum? Weil die auch rumspucken, weil viele auf das Ordnungsamt nicht so gut zu sprechen sind. Auch bei Borussenspielen, gerade mit Alkoholeinfluss. Oder es fliegt mal eine Flasche durchs Fenster oder so. Ah, da vorne ist ja einer, oder? Ach, guck mal. Das sieht hier vorne gerade aus. Das seh ich schon, da ist ja einer. Das sind die größten fucking Ehrenmenschen, die es gibt, ey. Diese Menschen sollten, die sollten geschützt... 2,50 für ein Bier? Nehmt sie fest. Fucking nehmt sie fest. Sperrt die für immer weg. 2,50 Euro für ein Bier, sperrt die weg. Kontrolle des fliegenden Händlers. Ich bin Team Ordnungsamt jetzt, ne? Ab jetzt Team Ordnungsamt. Macht den Laden zu, Junge. Zündet den an. Durchführen am Parkplatz P6. Sie haben schon Papiere alles bereit. Ah ja, der hat Papiere, deswegen auch 2,50. Wichser. So einer ist das. Wichser, Alter. Ne, 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 ich hab Papiere dafür. Ja, du Arschloch, deswegen auch 2,50. Scheiß auf den. Scheiß, scheiß zweimal auf den, ey. Das ist meine Sonne. Gucken wir mal eben, Reisegewerbekarte ist da. Ach so, Personal, das weißt du für mich? Ja. Das wäre nett. Übrigens, falls ihr einen richtig günstigen Rausch haben wollt, kann ich euch empfehlen, was, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Leute kenne oder schon mal selbst dabei gewesen bin und sowas gemacht hätte, weil es auch ein bisschen ekelhaft, also ist wirklich ein bisschen ekelhaft, das kann ich euch aus, ne, ich sag nicht aus Erfahrung, ich hab von jemandem, der das schon mal gemacht hat, hab ich mal gehört, dass das ziemlich ekelhaft sein soll. Wenn ihr auf irgendwelchen Veranstaltungen oder Konzerten seid und da war in Aaräusen wurde ein altes, also Aaräusen ist auch eine Gegend in Nordhessen, mit der ich jetzt, also ich bin da zur Schule gegangen, aber außerhalb hatte ich, ich hatte mit Aaräusen nicht viel, war da relativ selten. Und da hatten die so ein altes Kasernengelände, haben die zu so einem Festivalplatz umgebaut und dann haben sie da Konzerte abgehalten und da hat Manowar und so einen Scheiß gespielt, also wirklich abgefuckter 80er Jahre Scheiß. Aber wir wussten, meine Bekannte von Bekannten von mir wussten, wenn da dieser alte Boomer-Scheiß gespielt wird, dann sind da auch nur alte Menschen, die da hingehen, also so alles 40 aufwärts. Und vor dem Gelände waren diese Sicherheitsschleusen und jetzt kommt der Kicker, jetzt kommt der Kicker für den günstigen Rausch. Die dürfen da nicht mit ihren Getränken hin. Also gibt es Bekannte von Bekannten, die sich dann einfach Biergarnituren davor gestellt haben und wann immer irgendwelche Leute mit Alkohol angekommen sind und dann gesagt bekommen haben, das müssen sie jetzt hier entweder wegschütten oder austrinken, haben wir Bekannte von Bekannten denen gesagt, alles auf dem Tisch. Absolut, absolut fantastischer Rausch, wirklich. Absolut fantastischer Rausch und keinen Euro dafür bezahlt. Nicht einen einzigen Euro. Ich kläre das mal eben kurz ab. Gehen Sie ruhig nochmal eben kurz rüber. Ich kläre das mal eben ab. Digga, ist das ekelhaft? Ich lebe doch noch. Ähm, die leben doch noch. Was? Also warum ekelhaft? Man muss kreativ sein, wenn man arm ist. Wenn man arm ist, muss man kreativ besoffen werden. Das ist fucking, ein absolutes Fest ist das. Leitstelle P32, 33 kommen. Das bisschen Herpes, das geht ja auch wieder weg, ne? Nach fünf Minuten, ich prüfe das gerade mal und dann melde ich mich bei dir. Aber er hat schon ein Grundsatz. Außerdem Real Talk, ne? Also jetzt mal Spaß beiseite. Das war natürlich, natürlich wurden die angefangenen Flaschen nicht getrunken. Aber wenn ihr so auf so Festivals unterwegs seid, wisst ihr ja, die meisten Leute haben nehmen sich viel zu viel vor, insbesondere über 40-Jährige, die sagen, wir laufen da hoch und dann packe ich mir erst mal sechs Bier ein für den Weg. Und dann kommen sie da an und haben gerade so das erste halbe Bier getrunken und haben die ganzen Jackentaschen voll mit dem Rest, ne? Und das mussten die abgeben und dann haben die das bei uns drauf, bei den Bekannten draufgestellt. Also so ein Ding ist das. Da ist so viel rumgekommen, das kannst du gar nicht. Das kannst du gar nicht alles trinken. Genehmigung überhaupt zu verkaufen? Genau, genau. Das hat er. Er hat eine Genehmigung für den öffentlichen Raum. Nur halt beim Berufsstaatsspielen gelten nochmal so. Hab, als hier Schützenfest war, als ich broke war, abgestandenes Bier gesammelt. Ich schäme mich immer noch ein bisschen. Warum schämst du dich? Bist du bescheuert? Ey, in Willingen, in Willingen gibt's so Après-Ski-Läden, ne? So wie, äh, ich glaube, Siggis Hütte heißt das. Äh, hieß das. Ich glaube, Siggis Hütte. Und da waren, haben immer Schlagerstars aus RTL, haben da immer gesungen und hatten Auftritte und so. Und das war immer so fucking teuer und die Getränke sind so fucking teuer, dass du halt gucken musst, wenn du da bist, wie du zurechtkommst. Und ich sag dir ganz ehrlich, so ab 23 Uhr gehst du einfach rum und guckst und stellst dich dann einfach mit an die Tische und nimmst dir was und trinkst mit. Erst dann, immer wenn irgendeiner kommt mit so zwei Metern, mit zwei Meter Bier, die werden auf den Tisch gestellt, dann stehst du dabei und so, ey, ist aber geil. Nimmst dir erstmal ein, zwei, knallst die weg und dann gibt's richtigen Absturz. Wir haben bei Siggis Hütte, das Gute an Siggis Hütte war, dass die sogar Fanta Korn in Gläser, in, in so, sozusagen, Grier-Eimer gestellt haben. Die haben, die, die haben wir immer gefragt, was ist denn der größte Fanta Korn, den sie machen können? Und dann haben sie das dann so, in so Putzeimer reingestellt. Das war fucking Abriss, ey. Kompletter Abriss. Mit gewissen Voraussetzung, dass wir jetzt quasi einmal nachhorchen, darf er hier stehen oder darf er hier nicht stehen. Wenn der da erstmal steht, dann könnt ihr den erstmal noch stehen lassen, dass es gerade noch in Klärung kommen. Ja, verstanden. Ende. Ich danke Ihnen, dass wir den Innendienst zugebucht haben. Ja, ist das noch in Klärung, weil das gehört ja eigentlich noch mit zum Parkplatz. Ja, ja. Ja, auf Ihrer Liste ist es so. Aber wo ist die Liste? Da ist nur... Ja, ja, genau. Das ist in Klärung. Das haben wir jetzt im Innendienst gegeben. Deswegen können Sie heute hier stehen bleiben. Der Rest läuft dann über den Innendienst, kriegen Sie Post, ob Sie dann hier stehen dürfen oder nicht. Ich kannte immer random Leute auf Dorffesten mit, ich bin der Sohn von, hm, hm, trinken wir ein. Ja, das ist ja... Also in Nordhessen ist das so, dass es so Familien, so Häusernamen gibt, wie bei Game of Thrones, ne? Also du hast einen Nachnamen, aber neben deinem Nachnamen hast du einen Sippschaftsnamen, ne? Also da hast du dann einfach so einen Hausname. Und diese Hausnamen musst du dir einfach nur merken, weil ja keiner verifizieren kann, ob du wirklich dazugehörst. Also hast du immer gesagt, ja, ich bin Schuster, Schuster Skal bin ich, Schuster Skal. Und dann, da wurde auch immer am Anfang gesagt, ne? Also Schusters Skal, ne? Oder Hüsers Skal und so. Das waren dann die Hausnamen. Und dann, dann wird's... Und dann kannst du halt, kriegst du halt fucking überall Anschluss, ne? Ah, du bist der Sohn vom Herbert oder was? Nee, der Herbert ist mein Onkel. Ach, komm her, trink mal einen. Ne, das ist ja... Ja, lass uns Bescheid wissen. Tschüss. Und dann immer Standardantwort, ne? Also auf Dorffesten ist auch immer Standardantwort, das gibt's ja nicht. Und dann wird aber nie wieder drüber gesprochen, ne? Wenn du dich irgendwelchen Idioten, wo du halt schon auf den ersten Blick siehst, da wird richtig randaliert und die haben ordentlich Meter auf dem Tisch rumstehen, kannst du dich vorstellen und dir irgendwas ausdenken und dann sagen, das gibt's ja gar nicht. Da wird nie wieder drüber gesprochen. Fucking nie wieder. Die wollen nie irgendwas von dir haben. Du stehst dann einfach da und trinkst. Also das heißt, bei denen war jetzt alles in Ordnung? Gott, bin ich froh, in der Großstadt aufgewachsen zu sein. Also ich bin ein 96-geiler Ficker mit einer krassen Wohnung in Irland, Bruder. Und ich bin auf dem Dorf groß geworden. Und du fickst Staubsauger. Keine Ahnung, ob ich da jetzt so einen Punkt an die Großstadt geben kann. Genau, hier war alles in Ordnung. Die Kollegen sind heute schon ein bisschen früher unterwegs gewesen. Und dort hatten die Kollegen halt auch schon einen Fall, wo wir knapp 30 Kästen an alkoholische Getränke und so. Kein King-Shaming. Halt deinen Maul, Junge. King-Shaming, kein King-Shaming ist das fucking Netz. Natürlich werden Kings geschämt. Selbstverständlich. ... und Klopfer etc. festgestellt haben. Wir sammeln letztendlich nur ein, kontrollieren und geben das dann in den Dienst. Wie ist das eigentlich? Freut ihr euch, wenn ihr jemanden, ich sag mal, erwischt, der eine Ordnungswidrigkeit begeht? Wenn wir natürlich dann hier rumfahren und gar nichts feststellen, haben wir letztendlich dann in dem Sinne auch keine Daseinsberechtigung. Aber wenn wir natürlich dann hier rumfahren, wollen wir natürlich dann auch schauen, dass wir dann auch was feststellen. Oh, klar, Wichser. Hurensohn. Was? ... auch dann einfach ein kleines Erfolgserlebnis zu haben. Die ehrliche Antwort ist übrigens, naja, es gibt hier so ein paar Kanackenviertel, da kannst du halt abends hinfahren, da findest du immer was. Das ist die fucking reale. Das ist die ernste Antwort. Die fahren den ganzen Abend um, machen ihren Standardscheiß und wenn sie dann Bock haben, ein paar Strafen auszustellen, fahren sie zu den Ausländern und geben denen einfach irgendeinen Kack. Je weniger Deutsch die können, desto besser. Hallo? Verstehen Sie Deutsch? Kommen Sie mal her. Das ist die Übersetzung davon. Wenn ihr irgendwie Leute seht, die sich so unrücksichtsvoll im Verkehr verhalten, könnt ihr dann da was machen? Ne, insofern nicht, weil alles das, was den Fließverkehr betrifft, macht die Polizei. Aber wenn jetzt jemand richtig beschissen parkt, dann könnt ihr schon was machen. Dann ja. Warburg ist optimal gewesen, genau zwischen Kassel und Paderborn und gut. Warburg, was bist du denn? Nach Warburg bist du halt legit nie gefahren, außer wenn du in Hessen zu dumm fürs Abi gewesen bist. Dann bist du nach Warburg gegangen. Aber fucking Warburg, fucking Warburg ist das Letzte. Da gab's nichts. Da gab's gar nichts. Überall gab's doch nicht mal Nazis. Da konntest du noch nicht mal zum Kloppen hinfahren. Warburg war tot. Warburg war fucking tot. Warburg 09 ist die SV Warburg 09, ist die Fußballmannschaft da gewesen. Die waren so fucking langweilig. Da war nie irgendwas. Nie. Da gab's nie Randale. Ich hab noch nie gehört, dass es in Warburg Schmisse gibt oder so. Noch nie. Da gab's auch keine besonderen Feste oder so. Warburg ist einfach unnötig. Warburg ist fucking, fucking Warburg. Dann sind wir quasi wieder im Boot. Alles das, was den Ruhendenverkehr betrifft. Nach Warburg bist du zur Oktoberwoche. Nevermind. Warburg gab's Oktoberwoche. Ich nehme alles zurück. In Warburg, in Warburg gab's Oktoberwoche. Ich möchte das alles zurücknehmen, was ich gerade über Warburg gesagt habe. Kennzlich alles. Ich möchte, jetzt macht's Klick. Ich möchte wirklich alles zurücknehmen, was ich gerade über Warburg gesagt habe. Warburg ist super. Dafür sind wir zuständig. Danke, Herr. Sie stehen aber auf dem Fußgängerweg. Hier dürfen Sie nicht stehenbleiben. Nee, ich auch nicht. Ja? Fahren Sie bitte weiter. Danke. Danke. Wenn man jetzt irgendwie ein Knöllchen, einen Strafzettel schreibt, kriegt man da eigentlich Provision als Ordnungsamtmitarbeiter oder wie läuft das? Nein, das wird immer gedacht, dass die Kollegen da so heiß hinterher werden. Ist aber nicht so. Dementsprechend, wir kriegen da keine Provision für. Das ist unsere normale Arbeit, die wir ausführen. Wir verknollen dann das Ganze, auch die Verkehrskontrolleure kriegen keine Provision dafür oder so. Das ist halt unsere normale Arbeit. Keine Ahnung, warum die niemanden mag. Die machen sich doch überall beliebt. Also ich finde, das ist eine absolute Kampagne, ist das hier. Bewerben Sie sich beim Ordnungsamt. Eine Frage, die wahrscheinlich auch viele Leute interessiert. Was kann man so verdienen im Ordnungsamt? Ja, bei uns hier in der Stadt Mönchengladbach spricht man ungefähr von, ja, ich sag mal, dreieinhalb tausend, 3.300 Euro ungefähr brutto, die man dann verdient. Könntet ihr euch vorstellen, fürs Ordnungsamt zu arbeiten? Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt einmal eine Lärmbeschwerde für euch. Laute Musik. Alter Bruder, stell dir vor, dein Leben ist halt, dass du in so einem verfickten Auto sitzt und dann kommt so ein Clown und sagt, Wir haben eine Lärmbeschwerde. Können Sie bitte mal da hinfahren? Eine Lärmbeschwerde. Das sind wieder Jugendliche, die zu laut Musik hören. Das musst du für einen Versager sein. Lass die doch machen. Wenn ich, weißt du, in meinem Ordnungsamt, wenn ich Sissi die Dritte wäre und die Macht über Deutschland hätte, dann würde mein Ordnungsamt rundfahren und bei Lärmbeschwerden die Leute trommeln, die die da angerufen haben. Hallo, wir sind vom Ordnungsamt. Haben Sie angerufen wegen der Lärmbeschwerde? Ja, pfff. Direkt scheißen Sie sich nicht so ein. Die haben Spaß da unten. 22 Uhr 1 und der Deutsche ruft an beim Ordnungsamt. Ja, hallo? Ja, es ist 22 Uhr 1. Ich muss morgen arbeiten. Wird da wohl gespielt? Ja, verstanden. Fahren wir an. Ende. Jetzt haben wir eine Akutbeschwerde im Bereich Lärmbelästigung. Da hat sich jemand... Wie Sie aber auch Akutbeschwerde sagen, oder? Wir haben eine Akutbeschwerde. Warum nennen Sie das Akutbeschwerde? Hört sich gefährlicher an, genau wie mein Haarschnitt. ...beschwert, dass der Nachbar wohl eine zu laute Party feiert. Ja, es ist immer eine zu laute Party vom Nachbar. Was du für ein Bastard sein musst, um deinen Nachbar... Guck mal, allein... Das ist doch... Die Leute, die wegen einer zu lauten Party beim Nachbar bei der Polizei anrufen, die sind einfach nur... Die sind einfach nur eingeschnappt, weil die nicht eingeladen sind. Weil die absolut niemand leiden kann. Und deswegen rufen die da an zum Petzen. Ja, mein Nachbar macht wie eine zu laute Party. Ich würde direkt an... Ich würde direkt gegen... Warum sind Sie nicht da? Sind Sie so ein Versager, dass Sie da nicht eingeladen sind? Sie gehen so rüber, trinken einen mit? Was ist denn los mit Ihnen? Haben Sie so wenig Spaß im Leben, oder was? Dementsprechend werden wir dort jetzt einmal vorstellig werden, dort einmal Bescheid geben, dass er ein bisschen leiser machen soll, wenn wir jetzt eine Feststellung haben und auf die gesetzliche Nachtruhe hinweisen. Also das heißt, so wie man das auch klassisch kennt, ab 22 Uhr darf man nicht mehr laut sein? Genau. Ab 22 Uhr ist theoretisch nur Zimmerlautstärke, so dass kein anderer sich davon gestört fühlt. Zimmerlautstärke ist auch. Zimmerlautstärke. Sie wissen schon, dass Sie das auf Zimmerlaut... Ja, wir hören es doch hier im Zimmer. Ist doch alles gut. Wie geht der jetzt bei so einem Einsatz vor? Also wir werden jetzt dort einmal klingeln. Wenn die ehrlich sind, dann würden sie sagen, wie würden sie am liebsten vorgehen? Am liebsten wird der das Fenster eintreten und dann durchs Fenster rein. Mit so einer Waffe mit Schalldämpfer aber. Das sind so Leute, die denken so... Ich glaube 99% der Leute, die beim Ordnungsamt arbeiten, denken, ich hätte gerne so eine Waffe mit Schalldämpfer. Und dann das Ganze... Eine coole Wumme mit Schalldämpfer hätte ich gerne. Letztendlich mal, wie gesagt, mit der Dame besprechen, dass sie uns einmal mitteilt, was das Problem ist. Und dann werden wir nochmal hochgehen und schauen, wo die Lärmquelle herkommt. Kann man schon mal sagen, von außen hört man nix. Es kommt der Troik, oder? Sie sind die Frau... Ja, Frau... Ich habe angerufen. Jetzt wird er gerade ausgestellt. Gerade ausgestellt? Ich habe angerufen! Da geht gleich wieder los. Darf ich einmal gucken davor? Ja, gerne. Das ist Wahnsinn. Seit heute Mittag ist das los. Aber irgendwann ist Schluss. Um 22 Uhr soll Ruhe sein. Das Problem, was wir jetzt gerade haben, ist, das ist eine Akutbeschwerde. Wir kommen jetzt gerade hin, wir hören es leider selber nicht. Vielleicht ist er jetzt ein bisschen sensibilisiert, dass wir jetzt hier vor Ort sind. Sollte das nochmal so laut sein, rufen Sie nochmal an und dann kommen wir nochmal vorbei. Und sollten wir dann eine Feststellung haben, gehen wir zu dem Nachbarn gerne hin und dann werden wir das auch klären. Schönen Abend noch. Als nächstes werden wir einmal eine Prostitution-Schutzkontrolle machen. Heißt, bei uns hier auf der Landgrafenstraße, dort ist Prostitution erlaubt, wenn man gewisse Voraussetzungen erfüllt. Das heißt, so das Thema Sexarbeit, Prostitution, das fällt auch in euren Aufgabenbereich? Genau, das fällt auch in unseren Aufgabenbereich. Hier ist es letztendlich die Straßenprostitution. Wir haben aber auch teilweise mit illegaler Wohnungsprostitution oder sowas zu tun. Das überprüfen wir dann auch. Ah, Jackpot. Hallo, die Dame. Hallo. Guten Abend. Und wir würden gerne einmal Kontrolle durchführen. Dankeschön. Was wird da jetzt konkret angeschaut? Wie gesagt, die verschiedenen Ausweisdokumente. Also heißt letztendlich eher generell Gewerbeschein, beziehungsweise dann dieser Alias-Ausweis, wo dann diese Fake-Identität letztendlich dann auch mit gekennzeichnet ist. Das passt aber schon mal. Sie darf auch hier stehen. Genau. Dann lass einmal für Sie wieder zurück. Vielen Dank. Ja. Alles Gute. Das war's. Dankeschön. Tschüss. Ja. Melden auf dem Schulhof beim Gero-Weier. Das war's jetzt, ne? Aber Prostitution ist halt so ein Klicker, dass das direkt im Titel zu sehen sein muss, ne? Prostitution. Und was wird denn da jetzt über Prostitution so erzählt? Naja, wir haben halt eine Prostituierte kontrolliert. Die hat uns ihre Ausweisdokumente gezeigt. Ah ja. Eine Party. Da werden wir jetzt mal schauen. Das geht dann auch um eine Lärmbelästigung. Seid ihr bei solchen Einsätzen dann noch irgendwie aufgeregt? Man weiß nie, was kommt, ne? So eine gewisse Anspannung muss man halt haben. Kann jetzt eine Feier sein, ne? Auf dem Schulhof mit 150 Leuten kann aber auch eine Feier sein mit... Hallo, ich muss um 4.30 Uhr aufstehen. Ja, das ist sinnvoll. Gott, wir haben jemanden, der... Du fühlst dich dann nur auf den Schlips getreten, weil du Nuttensohn hier halt echt anfängst und beim Ordnungsamt anrufst, wenn es zu laut ist. Mit drei Leuten. Aber wir gucken uns das jetzt mal angegeben. Am Wochenende muss ich aufarbeiten! Natürlich. Man verpiss dich hier einfach, Alter. Falls rufen wir ein zweites Team mit hinzu. Richtige Party ist das hier wohl nicht. Wir sind ja so ein bisschen... Ich kann das ja nachvollziehen, wenn du, keine Ahnung, wenn du um 4.30 Uhr raus musst. Nö. Wetten, dass du dich hier verpissen kannst? Wetten, dass ich das hinkriege? Können wir wetten. Geh doch einfach rüber und klingel. Warum musst du denn direkt fucking Ordnungsamt Polizei anrufen und denen da auf den Sack gehen? Klingel doch einfach. Sag, ey, ich muss morgen um 4.30 Uhr raus. Kannst du ein bisschen leiser machen, bitte. Aber nächste Woche habe ich frei, komme ich vorbei. Was ist denn los geworden? Ne, will ich nichts mit denen zu tun haben. Ich muss mir meinen Chef raus um 4.30 Uhr. Mehr darunter vorgestellt. Drei Jungs, die ein bisschen was trinken. Tag, der Herr. Guten Abend. Ihr feiert eine Party hier. Du bist jetzt zu dritt, ne? Es muss ein bisschen sein. Ich habe Beschwerden bekommen, dass es hier definitiv zu laut ist. Ach so. Dann müsst ihr einmal die Örtlichkeit bitte verlassen. Alles mitnehmen, die Örtlichkeit verlassen. Okay. Wie gesagt, dass wir heute hier nicht mehr auftauchen. Ich würde nie beim Ordnungsamt anrufen, wenn dann gleich die Cops robuste Maßnahmen und so. Das ist die größte Loser-Aussage, die ich jemals gehört habe. Das ist halt echt die größte Loser-Aussage. Ja, weil es definitiv zu laut ist. Und den Müll bitte auch mitnehmen. Alles gut, alles gut, alles gut. Gab es Omelette heute? Hä? Gab es Omelette? Oder warum liegen die Eier hier rum? Ich weiß nicht, ich schwöre. Ich schwöre bei allem, was du heilig schiffst. Die kommen hier hin, auf einmal hier sind Eier. Da oben wird auch gegenwürfen, wir wissen nicht wohin. Wir wissen echt nicht. Ich habe einen Sitz, Alter. Ich schwöre, Herr Officer. Haben Sie die Eier geworfen? Ich schwöre, ich war das nicht. Ich schwöre, Herr Officer. Trotzdem bin ich halt genehmigt. Jetzt für mein Eier. Haben Sie einmal einen Ausweis für mich? Nein, leider nicht. Aber ich kann Ihnen die Bankkarte geben. Ja, irgendwas, wo der Name drauf steht. Hast du? Wenn wir die Maßnahmen durchhaben, müssen Sie einmal den Platz verlassen, bitte. Hast du das schon mit denen gefunkt? Ja. Bitte? Alles gut, ich habe ihn mir selber gelegt. Auch wenn Sie jetzt die Örtlichkeit hier verlassen. Lärmprotokoll und Hausverwaltung regelt halt mehr als Ordnungsamtpolizei. Okay, jetzt sind wir halt wirklich, jetzt sind wir halt. Moment mal, das ist. Lärmprotokoll und Hausverwaltung. Alter, deutscher wird es nicht, ey. Ich glaube, Thorsten Frings und Carsten Janker sind die einzigen beiden, die deutscher sind als Lärmprotokoll und Hausverwaltung. Die Nachtruhe, dementsprechend jetzt hier auch nicht lautstark verlabern und losziehen, sondern in Ruhe sich eine andere Örtlichkeit suchen, am besten nach Hause und dann ist die Nummer durch. Ebenfalls. Ja, la. Nummer. Ich kann mir vorstellen, es ist schon auch anstrengend manchmal, ne, für euch dann, wenn man dann so mit... Vor allem das rumdiskutieren, ne. Je höher der Pegel, desto mehr diskutieren die rum und desto mehr Ärger gibt es dann auch. Aber in den meisten Fällen kriegen wir es dann doch irgendwie vernünftig über die Bühne. Ja. Schauen wir mal. Genau. Ob wir die heute nochmal am Abend treffen. Kann auch gut möglich sein, dass wir gleich die nächste Beschwerde kriegen, dass die halt sich irgendwo anders aufhalten. Schauen wir mal, was wird. Genau, wir würden jetzt nochmal durch den Gero-Weier laufen und gucken mal, ob wir da irgendwas haben, wonach wir gucken müssten. Naja. Jugendliche. Abend. Wobei wir hier einmal Jugendschutz gucken. Auffällige Jugendlichen. Guten Abend. Ordnungsabend. Einmal die Frage, wie alt sind Sie? 18? 18. Sag mal einen Ausweis für mich, bitte. Ja. Ne, hab ich nicht dabei. Wie alt sind Sie? 18. Alle. Wann haben Sie Geburtstag? Gestern. Gestern 18 geworden. Ey, Kids, Mann. Ich meine, wir haben alle den Fehler gemacht, aber ihr dürft niemals 18 sagen. Einfach irgendwas komplett absurdes. Wenn die sich fragen, wenn ihr, keine Ahnung, 16, 17 seid und die fragen euch, wie alt Sie sind, dann sagt nicht 18. Dann kontrollieren die. Sag einfach 43. Wie alt sind Sie? 42. Wenn die halt alle sagen 18, 18, 18, ja natürlich werdet ihr dann kontrolliert, ne? Ne, aber Real Talk sagt halt sowas wie 22. Wie alt sind Sie? 22. Und Sie? 21. Das ist aber doch nicht 18. Schlimmste Antwort, die du dir geben kannst, ist 18,5. Das ist das Schlimmste. Endlich eine Jugendschutzkontrolle. Wegen dem Rauchen. Wir gucken einmal. Perfekt, Beine in die Hand. Ja, das aber nur, wenn ihr nicht weiß seid. Weiße dürfen ruhig sitzen bleiben beim Ordnungsamt, aber wenn ihr nicht weiß seid, dann solltet ihr tatsächlich Beine in die Hand nehmen. Fragt das einmal kurz an, ja? Vorname. Also hinter mir wird gerade eine Jugendschutzkontrolle gemacht, das heißt, es wird gecheckt, ob die drei Personen schon volljährig sind und so. Fühlt sich für mich ein bisschen sinnlos an, weil, ey, selbst wenn die rauchen und noch nicht 18 sind, mein Gott. Passt alles? Passt. Fühlt sich das nicht dann auch teilweise für euch so ein bisschen sinnlos an, da dann jetzt irgendwie, ja, das Alter zu checken? Nein! Grundsätzlich ist das ja gar nicht unsere Idee, ne? Es gibt ja immer noch einen Gesetzgeber, der gibt uns die Sachen vor, wonach wir zu arbeiten haben, ne? Sei es Gesetze oder andere Verordnungen oder Vorschriften. Wir sind die Exekutivgewalt. Wir? Wir sind Exekutivgewalt. Wir sind letztendlich nur das Aus... Wir sind nicht da zum Denken. Für ein Organ. Klar sind wir irgendwie Spielverderber, aber nichtsdestotrotz, wenn es unsere eigenen Kinder wären, wären wir ja irgendwo auch froh, wenn es kontrolliert werden würde und demnach gehen wir unserer Arbeit einfach nach. Das ist halt auch unser Job. Was würdet ihr denn sagen, was sind so eure größten Herausforderungen während eurer Arbeit? Ich denke auch gerne. Also Festualitäten hat mit Alkoholkonsum etc., dass die Hemmschwelle einfach bei den Leuten sinkt. Dass man in eine Maßnahme rein geht ganz normal und dann schwenkt es plötzlich um, weil der Herr oder die Dame schwerst alkoholisiert ist oder halt andere Sachen konsumiert hat. Das ist halt immer dann schwierig. Passiert das häufig, dass ihr irgendwie körperlich oder verbal angegriffen werdet? Verbal in der Regel öfters, dass man halt sich blöde Kommentare einfängt, aber körperlich eher seltener. Wobei das auch schon jetzt in den letzten Wochen, Monaten immer so ein bisschen zunimmt. Also ich meine, ich habe mal bei mir so in der Community gefragt, was sie über das Ordnungsamt wissen wollen und da kamen auch so Fragen wie, warum seid ihr solche Pisser? Ja! Ja! Das Tomatolix hat so was. Wir haben hier noch ein paar Community-Fragen. Die erste ist von Rito Fitner. Warum seid ihr solche Pisser? Warum nervt ihr so? Warum seid ihr so kacke? Was macht das mit euch? Ja, ist natürlich nicht schön. Wir sind auch Menschen, ob wir jetzt eine Uniform tragen oder nicht, spielt in dem Sinne erstmal keine Rolle. Das ist ein Job wie jeder andere auch. Ich gehe auch nicht hin und beleidige die Leute, die den Müll entfernen etc. Oder Reinigungskräfte gehe ich auch nicht hin und beleidige die Wahllos. Dementsprechend haben wir auch eine Daseinsberechtigung, beziehungsweise dementsprechend brauchen wir uns auch nicht beleidigen lassen. Hier ist halt auch das berühmte Klientel wieder. Viele Obdachlose, stark betrunken, Betäubungsmittel. Deswegen direkt meistens nach dem Aussteigen Handschuhe an und dann gehen wir mal gucken, was da jetzt los ist. Da habt ihr jetzt schon Personen gesichtet? Genau, gerade bei der Anfahrt haben wir schon gesehen, dass da wieder ein paar Leute sitzen und die sollen sich halt hier auch nicht aufhalten, weil halt überall hin uriniert wird. Die lassen ihre Bierflaschen liegen und das ist halt hier so nicht so gewünscht. Warum ist das nicht gewünscht? Weil die Leute hier einkaufen sollen. Ja. Die sollen bitte woanders hingehen, wo man die nicht sieht. Das wäre uns ganz lieb. Guten Abend. Was machen Sie denn hier? Sind Sie wohnungslos? Erstmal Handschuhe anziehen. Da sind wohnungslose. Was machen Sie da? Bisschen Weed rauchen. Hier, Örtlichkeit, wisst ihr ja, soll er euch nicht aufhalten. Dementsprechend bitte einmal die Örtlichkeit verlassen. Danke euch. Hi. Einmal Örtlichkeit verlassen bitte. Sieht man hier wieder der Fall konsumieren beziehungsweise hinterlassen ihren Müll. Ja, dementsprechend, wenn jetzt morgen hier. Aber es heißt doch Ordnungsamt. Wieso fegen die da jetzt nicht? Die sollen doch Ordnung machen. Ich finde, statt solchen Robocot-Outfits sollten die halt einen Kärcher hinten auf dem Rücken haben. Wenn das dem Deutschen so wichtig ist. Kundschaft kommt, die trauen sich teilweise schon gar nicht mehr hier hin. Dass das auch einer unserer Schwerpunkte ist. Was die Leute doch machen. Einfach Ordnungsamt hinschicken. Die Kärchen das gerade mal weg. Viel Spaß noch, Freunde. Die wir hier beobachten, um einfach ein bisschen Sauberkeit reinzubekommen. Die angrenzenden Geschäften hier auch. Schauen, dass die Kundschaft nicht vergraut wird. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Das ist immer schwierig. Weil, wo sollen sie hin? Der hat ja echt eine Bodycam. Das ist Safecall einfach nur optional, weil er sich halt krass cool fühlen will. Der trägt auch, wenn der zu Hause ist, lässt der die Uniform immer noch eine halbe Stunde an und da hängt sich so eine Plastik-MP5 um. Vorm Spiegel. Und guckt dann nochmal, wie es von der Seite aussieht, wenn er so eine MP5 um hätte. Eine Attrappe auf dem Baumarkt. Die haben nichts. Ja, genau. Das ist das Problem. Wenn man die jetzt hier verscheucht, wo sollen sie dann hingehen? Genau. Das ist immer so die Grundproblematik. Es ist halt das Verhalten, was sie teilweise in den Tag nehmen. Die Vermüllung, wenn die jetzt da sitzen würden, nichts machen würden, ihr Bierchen trinken würden, wäre auch alles gut. Wenn ich aber dann so da alles hinterlasse, müssen wir nun mal agieren. Richtig. Damit sind wir durch. War ein etwas ruhigerer Tag, aber so in der Regel sind unsere Tage aufgebaut. Mega geil, auf jeden Fall. Mega geil. Ist die ganze Nacht zu ruhig? Es hätte noch ein bisschen mehr los sein können. Alles in den Hallen nach Hause gekommen, das ist immer das Richtige. Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einblicke. Kein Problem. Sehr gerne. Das war meine Nacht beim Ordnungsamt. War auf jeden Fall abwechslungsreicher, als ich vorher gedacht hätte. Also es geht halt wirklich nicht nur ums Knöllchenschreiben. Und ich kann zwar verstehen, dass der ein oder andere vom Ordnungsamt genervt ist, aber wir haben heute auch viele Menschen getroffen, die sehr verständnisvoll waren. Und das Ordnungsamt übernimmt halt auch sehr wichtige Aufgaben, wie zum Beispiel den Schutz von hilfsbedürftigen Tieren. Vielen Dank an das Ordnungsamt der Stadt Mönchengladbach, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.